warte was gute teams erstens frina sarah nahida zweitens frina sarah kazuha drittens fische nahida kazuha alles klar äh sarah auch ersetzbar durch fische aber meist schlecht eher schlechter würde aber generell nur mit frina spielen wegen comfort ja anders denn so weit waren heute die talents für alle ok dann habe ich nichts verpasst war nichts allzu wichtiges was genau gleich viel resen wie ich gefühlt nee warte warum wegen chris dann habe ich keine ahnung warum ach so nee wegen domain für alle artefakte heute noch mal ich glaube schluss wegen books ja ja brain dead never mind ich habe brain damage oder sowas ja das ist lustig das team ja natürlich sein sie was noch probieren kann das ja bis sonst ist es wieder ein witz außer vielleicht local legends aber die sind ja auch gefühlt bei der one rotator also here we go kann man eigentlich eher oben übrigens deine prophezeiung noch damals von kenne meinen c6 five star match warte was deine aussage kenne meinen c6 five star match die ist einfach wahr geworden und second zeit finde ich schiff werde werde die laden hassen die ich an den da ist stimmt keine interruption das ist der unendlich interruption system jalan kasuha ich kann dir das klingt interessant das hier plus was war das noch mal rina sarah nahi da ich glaube ich muss die war mit mit nahi da so und so ich halte ihn einfach für pyro checks ja gut stimmt und maybe place gober für den nüvi stack ja das macht auch so schiff ich glaube ich bin okay ja ja das ist ja das geiler burst ja der war der war kalt wie hierzu ja oh mein gott ist ja ich habe vergessen warum machst du wunderbar ja sieben was okay 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 nice and spicy things are about to get dicey gotcha fine some target yes yes the tides beckon into the wind zoba get them eat this oh quietly now bow your head how great is the name of the truth oh he really is nice and spicy clouds high the birds come wind is strutting silence shall set you free upon you danovus let the mighty be humble oh get them you the truth shall set you upon your head upon your head the power of revelation by the way makes sara make 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 sara ooo what is that oh my god oh my god dont know what i do Au Ich weiß, was du auf jeden Fall nicht machst Farina Normal-Attacks Oh Ja Ich vergesse es Dass es so etwas gibt Oh Oh mein Gott Ja Interessant Pipo Clap Oh mein Gott Okay, zweites Chlorin-Team Das ist wirklich krank Was diesen Schaden angeht Wirklich Frech, frech Sarah, hier Bunden Nüvelette Zhongli Ne, Nüvelette Yilan Zhongli Und dann hier Hier we go Ah, Alter, das ist krass Wirklich krass Das Team ist ein bisschen ass zum spielen Meinst du das jetzt? Ja, what the fuck Mach doch Kasu-Attack Fair Das ist gelogen Man, warum bin ich so bad Monkert habe ich hier Ja Warum, warum kann ich die Q nicht drücken? Warum hat der, warum dauert der Elemental Skill actually so lang? Der Skill hat irgendwie eine 1,5 Sekunden Cast-Time gefühlt Oh, ich hab gegessen Ja, das war eine Sekunde schneller Egal Das ist mit I Du willst I mit Dash canceln Ja, das hab ich Ja, okay, fair Ja, ich muss ich das machen Ja Ich weiß nicht, ich hab ne Ausgehen Ich weiß nicht, wie man da nicht spielt Also E-Q gegen C-Six-Buff C-Sero musste das nicht, Sage, man geht so schwer True Ja, komm ich mach das Alter, du hast auch noch wirklich die ganze Zeit auf sowas achtet, das ist auch lustig. Wobei, fair, ich würde wahrscheinlich auch darauf achten. Streich ein Pferd! Lass mein Name Eko in SONG! Glory to the Shogun! Ja, ja, schau! Halt sie auf! Nein! Lade sie! Jesus! Ja, ja, schau! Geh'n Zug von SILVER! Geh'n Schau. Halt sie jetzt! Geh'n Schau. Geh'n Schau. In dem Namen des Geh'n Schau. Geh'n Schau. Geh'n Schau. Geh'n Schau. Geh'n Schau. Die Verkundung wird von der Geh'n Schau. Oh, wasser. Oh no. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ok, bin wieder da Wo bin ich gerade in der Rotation? Ich hab keine Ahnung Achso, ja, sorry Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung Schau jetzt mal in Overworld ihre Stats an, mach dann E und schau sie erneut an Ok Ok Dann siehst du, warum EQ Wait, wen meinst du? Chlorint oder Farina? Farina, oder? Ich glaub es sind die HP, die du meinst, 30.000 Oh ne, oh What? Das war plus 70 oder so Ah, ja Und 10% Crit Hm Ja Alt Für wie lange hält das? Zwölf Sekunden, ey, das ist auch 200 Oh my god Oh my god 6 x 200 Und 54 War alles in einer, ich hab mir davon ganz zu happy What the fuck. Seems balanced. Oh mein Gott. Was macht die? Wait, ich probiere das jetzt auch mal aus. Hast du hier? Ja, hast du natürlich. Was ist das? Ist das neu? Das Icon, ich kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben. Alter. Das ist so dumm. Into the shadows. Time to testify. Was? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ist auch geil, wenn du so läufst. Was sind das für Jigglephysics? Oh, es geht. Es geht, actually. Okay, es ist noch... Ne, es geht. Looking... Oh, ja. Das ist krass. Aber ich glaube, jetzt wird es Zeit für Geometry Dash. Also danke, dass ich deine Clarence C6 austesten durfte. Das war... Komplett bodenlos. Aber ich glaube... Aber ich glaube... Ey, was ist das? Von wem ist das Friendship-Dings? Ach so. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, also wie gesagt, dank, dass ich auch's testen durfte. Das ist halt actually insane. Aber jetzt ist es zu der Zeit für, glaube ich, Geometry Dash. Und das war's. Ja, also... Ich glaube, hier.